So lange für mich die Welt sich dreht, gibt's alles okay. So lange für mich die Welt sich dreht, gibt's alles okay. Es ist wieder mal so weit, heute ist Eis-Hockey, auf ins Stadion, zu den Fans und zur Stimmung und Spiel. Man kommt in die Halle rein, auf dem Spielfeld neben steht. So, hallo, servus allerseits, ich bin der Andi, LKW-Fahrer bei der Spedition Röck in Mengen. Ja, das ist mein LKW, ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe das alte Logo drauf machen lassen, weil ich bin seit den 90er Jahren dabei. Und das war das erste Logo für mich, das schönste Logo. Und ja, ich fände sie gut aus. Und ja, an der Stelle möchte ich mich noch bedanken bei meinem Chef, bei Egon Röck und bei der Manuela Schneider, dass die mir das ermöglicht haben, dass ich das drauf machen lassen kann. Und ja, ich hoffe, ihr seht mich mal irgendwo auf der Straße. Und ja, ich bin die Unterstützung. Und ja, ich bin die Unterstützung. Mit dir bis zum Ende, ERC, krieg ich genug von dir, ERC. Siegen und verlieren, gemeinsam Fans und Team. Verloren, neu geboren, wir kriegen Sinn. Du bist mein Leben, ERC, immer und ewig, ERC. Mit dir bis zum Ende, ERC, krieg ich genug von dir, ERC. Du bist mein Leben, ERC, immer und ewig, ERC. Mit dir bis zum Ende, ERC, krieg ich genug von dir.